Okay, äh ich bin jetzt nicht beim A- Autsch, Autsch, nein! Aua. Meine Leute, wir sind erst furchtisch auf drugs! Yeah! Schöööönleute! Herzlich willkommen, zu einem weiteren Video. Für EICH DETROY orada O 듀 kinder und das natürlich am TRIDAY ON FRIDAY! Und am Try Day on Friday habe ich natürlich ein richtig cooles Spiel für euch aufladen und zwar Happy zu den Wheels! Naja, jeder soll es kennen, das habe ich schon mal aufgenommen. Ist ein mega witziges, verstörendes und creepy Game. Also passt perfekt zu mir. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lange, es geht einfach los! Bis gleich in game! Die Try Kappies sollte ich nicht vergessen, sonst müsst ihr meine hässlichen Haare ertragen. Das sieht ein bisschen komisch aus mit Headset, aber YOLO, das machen wir jetzt. Okay, let's go! 1000 Dollar Trip, so viel Geld habe ich nicht. Heißt, wir machen jetzt einen 1000 Dollar Trip. Los geht's! Okay, wir lesen die Zeitung. We need you to test your... I need to go to school dad. Bullshit, let's go! Okay, Leute, wir schmeißen die Schule. Und nehmen lieber 1000 Euro für ein richtig cooles Game. Und wir dürfen Fahrrad, don't care. I get money. Ich brauche das Geld. Ich habe gerade vergessen, wie man Happy gesteuert. Oh nein! Ich habe so lange dieses Spiel nicht mehr gespielt, Leute. Ich hoffe, wir nehmen sie nicht böse. Also so kann ich nach vorne und nach hinten beugen. So kann ich Gas geben. Und der Taste war auch irgendwas, glaube ich, oder? Set war, glaube ich, zum Losers. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wir testen es einfach aus. Und los geht's! Oh! 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 Wir sind jetzt... Wir sind jetzt richtig auf Trucks! Yeah! Ne, eigentlich nicht, aber... Oh! 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 What the fuck! Ähm... Ja... Moin! Ich äußere mich dazu, hier von... Einfach... Wieso ist da ein Hügel, wo kein Hügel ist? Hä? Hä? Okay, drüber. Da ist keine Hügel. Hä? Aua. Au. Aua. Diese blöden Moorrhümen einfach. Geht, fahr weiter. Du schaffst es. Ich glaube an dich. 2000 Jahre später. Schneller. Oh. Ich glaube, wir haben das verkackt. Und drüber? Da kommen die Moorrhümen wieder. Nice. Unter das Hühnchen-Ohr. Geradeaus weiter. Okay, wir sind richtig auf Drugs, Leute. Hier gibt es Gehirn zum Essen. Länger, länger. Irgendwie machen wir das Spiel gerade ein bisschen... Sorry, Kid. Das reparieren wir daheim. Aua. Aua. Das war knapp. Bin ich im Himmel? Hallo? Okay. Du, not push. Oh, den Willi. Huuuuh. Hm. Hey, ist es... Au, au. Ich habe alles kaputt gemacht. Ich habe alles... Hä? Okay, ich bin... Oh, oh, okay. Hey? You want your money. Hey, ich will mein Geld. Geh mir mein Geld. Ja, haut einfach mir mein Geld ab, Leute. Das geht nicht. Er ist mir 1000 Euro schuldig. Nee, 1000 Euro. Aber 1000 Euro, das habe ich einfach. Wie in der Anlass... Ui, 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 ui. Es ist time to fight. Wie geht das? Hä? Was muss ich machen? Muss ich das steuern? Ich kapiere das nicht. Hä? Leute. Ich kapiere das nicht. Ich glaube, ich muss einfach... Ich bin tot. So, Leute. Wir fighten jetzt richtig rein. Dreht in die Pedale. So. Los geht's. Time-Rening. So. Okay. Wir fangen hier an. Ich muss einfach, glaube ich, die Pfeile ansammeln. Man muss sie nicht machen. Ich dachte einfach, ich muss die ganze Zeit so Tastenkombination drücken. Hier. Dodge. Ah, ich muss die aufsammeln. Hit. Ja, nice. Hier, Hit. So, zurück. Dodge. Dodge. Da vorne holen wir uns. Nice. Hit. Nice. Dodge. Nice. Nochmal dodgen. Nice. Hit. Schlag ihn. Ich will mein Geld haben. Schlägerei für Geld, Alter. So läuft es hier. Hit. Nice. Wir haben ihn. And his name is Trice. Yeah. Habe ich das mal 1.000 Dollar? Ja. Aua. Ein Menschens. Das hört sich doch aus. Helicopter-Range. Ein Menschens. Helikopter. Dimensions. Dimensions. Oh. Jetzt bin ich aber gespannt. Good night, Soon. Gute Nacht, Soon. Warte, Dad. Was ist eine Dimension? Du musst schlafen. Bitte, Dad. Erklär es mir. Okay. Hörst du. Hörst du. It's all stars. It's all stars. This is done called Dimension Zero. After it comes Dimension One allein. Moment, wenn man die ersten paar Sätze versteht und danach das Englisch einfach nachlässt. Dimension One. Dimension One. Okay. Dimension. Okay. Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Dimension Three. Okay. Ist doch egal. Wir machen das Level einfach. Wir können kein Englisch. Dimension Four. Okay. Wir sind bei den. Oh ja. Ich wollte schon immer mal eine Mammutrüstel riechen. Oh ja. Der lässt mich aber nicht durch. Alter. So ein scheiß Rüsten. Ach man, Rüssel. Der ist video-ständig. Der ist. Aber da ist ein. Ah. Der ist schön durch mich durchgeflogen. Mehr oder weniger. Okay. Wo geht es jetzt hin? Oh. 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 Willi, komm. Du schaffst es. Willi, gib. Oh. Was ist das? Ich muss irgendwie da rein. Ich muss ich den. Bitte. Oh. Schau mal. Mein Rad ist voll verbogen. Was fällt diesen Aliens ein, mein Rad zu verbiegen? Wir sind ja nicht bei dem Psycho. Dieses Mal kriegen mich die Aliens nicht hier. Okay. Achtung. Oh. Ich habe es geschafft. Nice. Zurück. Halt, halt, halt. Jetzt. Schieß. Ha. Yeah. Oh. Das Rote ist, glaube ich, nicht gut. Hello. Äh, 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 okay. Okay, okay. Tschüss. Ich bin einfach in den Sauch gefahren. Ah. Was ist denn das? Okay. Mein Arm ist jetzt Dimension 6. Okay. Wir sind endgültig tot. Mann. Oh, oh. Die Aliens sind aggressiv. Shit. Was tun? Zurück, zurück, zurück. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Das ist noch. Oh. Oh. Oh, ich habe... Hey, das ist mies. Leute, bitte nicht noch. Okay, nein, nein, nein. Das ist doch mies. Wieso? Ich bin einfach bloß in der anderen Dimension und bin gestorben. Das kann doch nicht sein, oder? Wo sind wir denn hier? In Dimension 8? Also, abhiebe mir jetzt mein Zeitraum auch noch. Ja, geh, geh. Mein Helm habe ich verloren. Irgendwie schaffen wir das schon ohne Hände und ohne Helm. Wir fangen jetzt auch schon vor, ob das Friday on Friday ist. Tschüss, kleiner. Tschüss. Ich habe mein eigenes Kind umgeflogen. Und nochmal. Autsch. Ich darf diesmal nicht wieder sterben. Ich bewege mich aber. Ja, geh, geh. Jetzt habe ich schon einen Arm verloren. Oh, da komme ich nicht durch. Lass mich durch. Komm doch nicht durch. Ernsthaft jetzt da. Oh, da drüber. Das geht natürlich. Nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben. Halt, halt, halt. Ballett hier, Ballett hier, Ballett hier. Wir spielen hier nicht Ballett. Nein, nein, nein. Halt, 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 halt. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. So, ein bisschen die Chiller-Position einnehmen. Okay, passt perfekt. Nice, da ist er. Wo geht es jetzt überhaupt hin? Oh, oh. Das ist ein Flamingo. Okay, wir fahren zurück, wir fahren zurück. Tschüss, Flamingo. Da ist ein Ei. Muss ich das anklicken? Wo ist mein Maus? Maus. Hä, und jetzt da? Hä? Ah, ich muss dir ein Flamingo sein Ei bringen, oder? Hallo, ich hab ein Ei für dich. Ah. Wo bin ich denn? Ich werde gefressen. Hallo? Ich glaube, ich lebe aber auch nicht. Hallo? Ist das denn auch wer? Ja? Ist das so heiß, alles? Das Spiel mag mich eindeutig nicht. Speed Bridge. Alter, das müssen wir jetzt noch spielen. Oh, nice. Alter, ich kann richtig Gas geben. Auch wenn ich nicht auf der Brücke bin. Oh, ei, 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 ei. Wir geben Gas, Leute. Ich mag dieses Level jetzt. Uh, 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 uh. Alter, nice. Also, mal schauen, wie schnell. Geschwindigkeitsrekord. Schneller als... Oh, nein, das ist kein Looping, oder? Ah. Muss aber jetzt da nicht in den Looping fahren, oder? Sieht aber so aus. Ich hab... Mir kippt noch ein Bein, geht doch schlecht. Ich muss da runter. Ah. Ich dachte in der Brücke, okay? Nein. Oh. Looping. They did it. Damn. Hey, das war first try. Warte mal, warte mal, warte mal. Da weiß ich was. Aldi. Ja. Du hast doch gerade gesagt, wenn ich ein Level in Happy Wheels first try schaffe, was bekomme ich da? Keks. Ja, ich bekomme Keks. Nice. Okay, Leute. Das war's dann auch schon mit dem Video Happy Wheels. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr Happy Wheels sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da. Und ansonsten gibt's nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ring gestört. Ciao. 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 Ciao.